Was ist mit Tee? Mit Tee? Was? Eure Wasseraffinität ist schon ziemlich geiler. Really? Toll. Toll. Lil. 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 Ich habe mich gerade erschreckt schon. Ich weiß, das war auch der Sinn der Sache. Weil ich gerade geschrieben habe. Habt ihr das nicht gerafft mit Lil. Lil Wayne? Oh, halt die Fresse. Oh, Baby. I think I'm gonna marry you. Oh. Nicht du. Du bist scheiße. Gar nicht. Also wenn ihr mal Chicken braucht, ne? So gebratenes Hühnchen. Oder Hühnchen. Deacon. Kommt zu mir. Ich hab noch wenig da stehen. Ich weiß, ich hab extra dein Hühnchen gebraten. Alex kommst du jetzt? Ich hab sieben Stacks ungebratenes Hühnchen und drei gebratenes. Go. Ich weiß, ich hab auch das gebraten. Ähm, soll ich irgendwas mitnehmen? Was willst du mitnehmen? Gute Ausrüstung. Aha. Und ein Feuerzeug. Achso, ihr geht jetzt auf Exkursion zu den anderen. Ja, auf mysteriöse Exkursion. Ich hab auch irgendwie mal Lustaufnahme. Mein Inventar ist grad zu klatsch. Eine Lustaufnahme. Aber ich komm mit, okay? Mit? Ja, weißt du? Dann denk ich... Dann überge ich gerade auf mich. Ich brauche noch was zu essen. Essen, 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 essen. Ah. Das ist wichtig. Wenn wir da jetzt einfach alle antanzen, das wär so episch. Ja, aber wirklich. So epic, epic, epic meal time. Oh Gott, ich wollte... Haben wir noch Diaz? Weil dann würde ich mir noch Dia-Rüssi machen. Ja, ja, wir haben Diaz. Haben wir. Wo kommt eigentlich das Glas hin? Alle einen Cock. Du zahlst einen Bizeps-Cock. Dann haben wir aber keine Diaz mehr, wenn du deine Rüstung hast, ne? Brauchen wir auch nicht. Ja klar, haben wir noch Diaz. Wir haben aber nur paarundzwanzig. Nein, wir haben mehr. Mit dem Sprung-Kick-Headshot töte ich ein Skelett mit einem Schlag. Kalli, wir haben mehr. Echt? Im Sprung-Kick-Headshot. Ja. Wir haben mehr. Ich hatte nur die Hälfte aus Absicht... Lol. Ihr seht die Lichterpack, oder? Die Kiste reingemacht. Die viele haben wir. Ja, Kalli, ich hab gerade aus Absicht die Hälfte in meine... Achso. ...in die Anarchist gemacht. Okay. Dann können wir jetzt mal das Bootshaus nutzen und von dort aus dann lossegeln. Alter, das wird so fett, Alter. Alter, ich glaub, der wird dich killen. Darf ich mal? Hast du grad nichts dabei? Wer ist da? Ich hab die Erschwert dabei. Wer ist da? Wie viel? Drei nur, oi. Wer ist denn da? Ich? Darf ich mein Schwert noch probieren? Ja, und wen willst du töten? Nee. Mann, ich wollt mir einen Power-4-Bogen machen. Power. Wo ist mein Feuerzeug? You have no Power here. Ich hab halt noch ein paar Level, die klatsch ich da jetzt auf, ne? Ähm, bitte lootet mal ganz kurz. Ähm, bitte lootet mal nicht in die Ö... Guck mal hier in die Kiste. Ja, deswegen mit Schutz, ne? Ähm, Schutz hab ich... Einmal oder nur noch. Äh, ich hab doch irgendwo ein Vollzeug. Im Rest musst du auf eins verzaubern. Ich würd's aber wirklich raten, auf eins verzaubern, dann ganz viele Bücher nehmen und da Schutz drauf verzaubern und dann kombinieren einfach. Ja, ich hab meinen Namen gehört. Nein, nicht du. Kommt eigentlich, äh, Kalle. Kalli. Ja? Kannst du mir ein Feuerzeug machen? Ich hab, find meins nicht mehr. War nicht wahr. Wieso antwortet Kubi für Kalle? Ach, warte mal, das ist die Stimme von Kalle. Boah, ging grad gar nicht bei mir, ey. Richtig, richtig Brain AFK. Ich nehm mir auch mal nen Bogen dann mit. Brainless AFK. Wollen wir mal TNT nehmen? Brainless AFK. Nee, das ist doch unschön. Ah! Alter, ich hab voll die Sprachfehler heute. Also, da kann man Efficiency auf, äh, auf nen Bogen drauf klatschen und dann... Man kann ja, aber es bringt ja nicht viel. Alex, wo bist du? What the fuck? Wie viel gibt nen Kürbiskuchen wieder an, äh, Hungerpunkten, ey? Krass. Vier? Drei? Wer braucht denn mit deinen Kürbiskuchen? Ich? Hab 16 Stück davon. Alter! Wir bringen vier Hungerpunkte wieder. Was hast du denn? Komm, guck dir mal den Amboss an, der ist übelst damaged. Ja. Der geht gleich kaputt. Nimm den mit, nimm den mit. Warte mal, ich warte mal. Wenn ich dann nicht unten nach uns bin, dann hauen wir deinen Amboss einfach runter. Ey, Can, willst du mal zu mir kommen und noch mal kurz was, äh, was checken? Ich will dir was lustiges zeigen. Wenn ich ehrlich bin grad nicht... Jetzt ist er grad noch mehr kaputt gegangen. Ich hab's gesehen. Ich weiß doch, weil ich mach mir grad, ich mach mir grad einen, äh, Power 4 Bogen. Okay, ja dann brauchst du jetzt nicht. Oh, hier ist ein Enderman. Warte, darf ich den killen? Ich kill auch gerade. Ist weg. Wo ist er? Hast du... Hast du Verbrennung? Ja, klar. Wie geil, Alter. Da ist ne Bitch, da ist ne Bitch, da ist ne Bitch. Äh, Can, mit Verbrennung kannst du den Enderman nicht starken. Warum? Weil der dann abrocknet. Ja, weil der dann weglitscht hin und her. Das ist mir leid. Da kann ich mich raus machen, okay. Hat jemand noch EP, damit er, damit er, äh, 2 Power 2 Bogen zusammen machen kann? Ich hätte 4. Ne, ich hab gar nichts mehr. Reichen 4? Ha, armer Schlucker. Glaube nicht, ich glaube nicht. Kubi. Die reichen, glaube ich nicht. Klar, 4 reichen. Ne, kostet 9. Echt? Was, 9 noch nicht? Doch. Mach mal andersrum. Nein, geht auch nicht. Achso stimmt, das bringt's nicht. Kali? Hast du für welchen Unendlichkeits-Bug? Ihr Alex? Ne, leider nicht. Kade. Oh. Kann dir ein paar Pfeile abgeben? Oh, Pfeile sind toll, bitte bitte bitte. Ich hab nur 14. Eko, kommst du mit? Ach, du hast nur 14, ich hab auch nur. Jetzt hab ich nämlich nur noch 18. Ja, ja. Dann warte, warte, gib ich dir... Ja, lass machen, ja? Noch 8 ab, dann haben wir beide... Hab ich 24 und du mehr, ein bisschen mehr. Nutzen wir mein Bootshaus. Was, ihr braucht, ihr braucht Pfeile, kommt her, hier sind noch 44. Ne, wir haben jetzt, ich hab jetzt ja nicht genug. Ja, ich nehm mal, ich nehm mal nicht meinen Pornoboden. Im Bootshaus ist bisher nur noch ein Boot übrig. Ja, ich hab noch Holz dabei. Warte, ich hab 5 Boote dabei. Warte, ich hab 5 Boote dabei. Noch nicht reinsetzen, lass die alle voll geil platzieren. Was wollt ihr denn, was wollt ihr denn genau machen? Töten. Ja. Töten? Ja, erst mal nicht töten, erst mal nur Trollen. Wenn sie dann erst nen Hit machen, dann... Also so richtig schön abfucken. Ja. Can, kommst du? Ja, ich komm, warte. Ich wollte mir noch, äh... Ist voll geil eigentlich, ne? Wann kommst du? Und da unten, dann steht ja meine Kuppel, aber die sieht man ganz schön. Ich glaub, ich baut da noch so richtig, wirklich ne übelste Fake-Insel drum. Wo ist denn das Bootshaus? Damit die Kuppel dann innerhalb von ner Erdhöhle ist... Leute, wo ist denn das Bootshaus? Innerhalb der Erdhöhle stell ich... Hier, neben deinem Haus, alter. Was? Wird mega dauern, aber wird mega geil. Ne Erdhöhle? Ich schläng dir die lieber mit dir in. Ich schläng dir die lieber mit dir in. Hey, bin ich jetzt behindert? Wo ist denn das... Weiß ja, neben deinem Haus ist das Lagerhaus und das Bootshaus. Wo ist denn das Bootshaus? Wollte ich mich gar nicht verarschen. Geh zu der Baumpaar. Das Bootshaus ist... Leute, das Bootshaus! What the fact? Geh einmal durch. Geh einmal durch. Schmiegt sich auch einigermaßen. Weil es eben, weil ein Bootshaus ist, hab ich einfach gedacht, hey, da passt doch Lapis irgendwie. Ey! Können wir los? Ja, können wir. Nein, Alex! Oh, ich bin ab... Hey, warum bin ich gerade gestorben? Nein, ich treff das Boot nicht! Ahhhh! Das war doch recht behindert, ohne was. Was kommen wir fahren? Hä? Warum ist mein Boot gerade kaputt gegangen? Ja, das ist bei mir auch. Das war bei mir auch so. Boah, alter John, hörst du mal auf, wie du die ganze Zeit was zu sagen? Ne, Nico will nicht. Hey, ich sag nicht mal was. Doch, ich wollte mit, ich musste auch bei mir ein paar Sachen aufräumen und äh... Na, wir sind jetzt schon auf dem Boot. Das würde jetzt lange dauern, glaube ich. Wo ist Alex eigentlich hin? Ich komm gleich. Ich muss jetzt noch kurz ausleuchten, weil die ganze Fläche oben ist unbeleuchtet. John, du weißt, wie groß die Fläche ist? Weißt du, wie groß die Fläche ist? Weißt du, wie groß die Fläche ist? John, du weißt, wie groß die Fläche ist? Ja. Ja, ich muss die erstmal ausleuchten. Oh Mann. Wir werden merken, dass wir kommen, weil es einfach nur lag. Ja. Hä, wieso? Wir sind da doch schon mal lang gegangen. Außerdem muss es wieder aufgebaut werden. Äh, ne, aber weniger, weniger. Ne, muss nicht. Aber nur kurz zu reloaden, nicht in den Boot. Naja, das steht doch schon ewig. Seitdem wird das erste Mal da, woran steht das da. Das schwimmt alles. Ding kann nicht da absteigen, ne? Ey, Mann, da sind keine Boote mehr da und ich brauch noch eins. Dann craftet ihr welche, geh in unser Dings und craftet ihr welche. Okay. Dann auch wieder. Boote, hast du noch auch noch zwei. Gut, dass, äh... Ach, witten in eurem, äh, Gebiet ist eine Hexe, ey. Ne, ich töte sie. Ne, das ist Kubilin. Das ist Kubilin, das ist Kubilin. Haben unser Boot verloren. Toll, jetzt bin ich vergiftet. Ja. Dafür kann ich auch eine Schuld, war. Ich glaub ihr Funk-Cut richtig, oder? Weiß nicht. Doch, ich glaube. Ja doch. Hallo Enderman. Hallo, komm mit. Wirklich? Wie ist denn das Gift? Ja, das Gift ist richtig OP, wenn du... Oh, lol. Ist das da hinten Bambus? Ja, die sind da noch, die haben da Bambus. Nehmt euer Boot mit, ne? Nehmt euer Boot mit, ne? Nehmt euer Boot mit, ne? Alter, was haben die denn gebaut? Wie geil! Warte, was haben die denn gebaut, wie geil! Das sieht mega, das sieht mega geil aus, das sie gebaut haben. Wo denn? Mega-Porno. Alter! Mega-geil auf jeden Fall. Alter! Er hat Tiberius gebaut. Er kann saugut bauen. Ja, Tiberius kann auch gut bauen. Peppy auch. Peppy ist aber nicht dabei. Da ist er. Lol, ich bin am Tintenfisch verreckt. Warte, brauchst du ein Boot? Ich hab noch ein Boot für dich. Da ist Tiberius. Ne, ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Wieso bist du aber... Ey, könnt ihr noch warten? Alex! Alter! Ich glaub... Du willst ihn nur erschrecken. Ist gut reicht, Leute! Okay, 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 okay. Killt ihn, killt ihn! Nein, killt ihn nicht! Der Boot ist so geil, Alter! Alter, das Tor! Hä? Lass doch mein Boot! Voll die Nippel hier dran! Richtig geil! Das ist blöd, in meiner Aufnahme ist es toller jetzt nicht zu sehen. Von der hat einfach keine Rüstung. Der arme. Der Schlucker. Weg auch kein Leben, ey. Wir wollen ihn nur ein bisschen hinterher rennen. Wie wir auch einfach die Errüstung haben, ne? Ja, aber voll verzaubert. Aber richtig geil! What the fuck ist das cool! Haha, euer Ernst! Oh, der Headshot! Hä? Kubi ist gut. Reicht. Ruhig. Das war zu... Wo ist eigentlich Blacky, ne? Ich wollt grad sagen. Blacky ist nicht hier. Blacky ist woanders. Wo denn? Der ist... Der hat sich woanders niedergelassen. Scheiße. Das sieht nice aus. Ohne Spar. Nice. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Ey, Blacky... Blacky muss hier sein, weil... Guck mal. Wer wollte das sonst nicht sagen? Ey, ich glaub das ist ein Test für ein automatisches Spar. Das ist cool. What the fuck. Ich find's aus dem Ekelhaft, dass jetzt überall sp... Äh, äh, b-b-b-b. Hexen? Die Hexen, ja. Sparren können, die Sparren. Ja, das ist auch richtig behindert. Ekelhaften. Wo ist das passiert schon da unten ein bisschen? Das ist echt cool, Alter. Ohne Witz. Und auch die Stelle einfach so, dass da... So ein bisschen Wasser noch, das? Ja, okay, Leute. Also, wer bei Tiberius Grief den tötet, ich. Also, wer bei Tiberius Grief den tötet, ich. Ne, halt so. Wer bei Tiberius Grief den tötet, ich. Weil ich feier das, was er gebaut hat. Das ist richtig geil. Ich hab das per... Äh, Irina hat's mir in einem Bild gezeigt. Ich hab aber irgendwie Bock, dass sich Blacky aufregt. Ja. Ja. Ja, dann lass Blacky ärgern. Ich hab auch Blacky zu ärgern. Okay. Wo ist der? Ist auch hier. Ich geh mal auf die andere Seite. Wart doch nach! Ja. Lol, ist das geil. Ohne Witz. Tiberius, du kannst richtig gut bauen. Props an dich. Ich brauche an dich, Junge. Ja. Guck mal, seht ihr mich? Leute. Wo seid ihr denn? In den Dschungel gegangen. Komm. Ich glaub, da müssen wir nicht lang. Wie geil. Kubi seid ihr schon... Wir sind in den Dschungel gegangen. Nur Kalli und ich. Halalala. Du willst gar nicht wissen, was wir hier machen. Oh Gott. Und hier noch ein Schiff hin? Nein. Ah, guck ich sehr dich, guck ich sehr dich. So, ich komme jetzt zu euch endlich. Ich bin da drüben. Na, gut, ne Stunde auf. Oh, willst du mich verarschen, du Hurensohn? Nein. Hast du deinen Hurensohn genannt? Ich bin grad oben im Tor. Sind die immer noch in ihrem Dschungel oder sind die woanders? Guck mal, ich bin oben drauf. Hey. Kann ich warte, ich komme. Kann ich warte, ich komme. Hey, wie kommt der Hurensohn? Frage noch mal, sind die immer noch in ihrem Dschungel oder sind die woanders? Ja, die sind noch in ihrem Dschungel. Okay, dann weiß ich wo die sind. Der Aufstieg ist auch da in den Fauna. Nur diesen Dschungel finden. Gut, da ist die Insel. Gut, da muss ich dran vorbei. Insel. Wenn dich treff, Tiberius von hier. Das hat übel den Pfeilhaken gemacht. Den Pfeilhaken? Also, ich kann nicht so geil bauen. Nee, das stimmt. Du brauchst gar nicht. Das stimmt. LOL! Hä, bist du mir reingesprungen? Nein, irgendwer hat mich abgeschossen. Ja, bei mir kam das Bluffer-Geräusch. Ah, da ist der Dschungel. Alter, wer war das? Ich, von hier unten. Hab ich getroffen. Ich glaube, ich werde gleich die Karte nennen. Ich baue mir alle Werkzeuge aus Diamant. Einfach nur, weil es geil aussieht. Ich wäre fast über das Ding geflogen. Über die ganze Mauer. Bis jetzt. Hä, das sieht wirklich geil aus. Bis über die Mauer. Ach, da hinten bist du. Komm her! Wir schießen ihn ab! Ja! Meine Fresse, ihr Spaßes! Was sollst du drauf tun? Was sollst du drauf tun? Was laber ich? Wie viel Schaden machst du? Schaden hab ich dir gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Fickt euch doch! Doch! Ich... Oh fuck! Ich hab dich falsch getroffen! Ich hab dich falsch getroffen! Ich hab dich falsch getroffen! Ich hab dich falsch getroffen!